Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Overwatch. Ja, Ranked Spiel, ich glaub das sechste jetzt in dem Fall. Oder? Das siebte? Tja, ich weiß leider nicht so genau. Ich hab nicht das Gefühl, dass die Leute heilen wollen. Ich hab auch das Problem, die vorigen Matches hab ich nicht geheilt. Und immer wenn ich nicht geheilt hab, haben wir verloren. So, heißt, ich muss heilen. Geht nicht anders. Mein Team ist kacke. So, werden wir sehen. Ich würd halt auch gern andere spielen. Ich bin zum Beispiel mit Hanso mittlerweile ganz gut, mit Roadhog bin ich ganz gut. Aber mit denen komm ich einfach nicht dazu zu spielen. Eigentlich wollte ich auch grad für Hunter aufnehmen, aber meine Aufnahme ist dann, oder das Spiel ist dann einfach ausgegangen während meiner Aufnahme und dann hatte ich die Schnauze voll, nachdem ich eine Weile rumgelaufen bin. Wer kämpft, kann verlieren. Und wer nicht kämpft, kann falsch verloren. Von daher. Shit happens. Hey Lucius, ein Rennen gefällig? Klar, warum nicht? Klar, Rennen mach ich immer gerne. Ich renne die ganze Zeit. Ich renne sogar Wände lang. So viel renne ich rum. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Andere beginnt. Geht gut ab? Die Bieten zu 7.1. Zeit für ein bisschen entspannen. Die Bieten zu 6.1. Die Bieten sind auf den Passieren gezogen. Alle Hilfe. Hier wird's gleich laufen. Scharfschütze gesichert. Ich nehme den Punkt ein. Ich benötige Unterstützung. Ich höre den Zielpunkt. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich nehme den Zielpunkt ein. Gehen bei mir in Position. Das läuft dann bis jetzt ganz gut. Wir sind noch nicht so weit vor. So, einfach überwenden. Einfach überwenden. Schön überwenden. Ja, das kann ich nicht heilen. Ja. Wir sind gut vorangekommen. Wir können sich also nicht beklagen. Tja, sieht echt gut aus. Das muss ich nachladen. Und gewonnen. Oh, meine Timer-App ist noch an. Tja. Das nenne ich mal kastriert. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Ja, ich muss es immer wieder sagen. Ich hoffe, ich werde nicht zu hoch reingestuft. Also, ich würde eigentlich schon gerne ein bisschen öfter verlieren, weil man kriegt ja dann wenigstens immer noch gut die Punkte, wenn man viel verliert. Also, wenn man denn am Ende, wenn man gerankt ist, dann gewinnt. Ich will ja mit schlechten Leuten zusammen gerankt werden, damit ich gut aussehe. Da muss ich erst mal was zu trinken holen. Trinken ist wichtig. Na komm, auf geht's. Danke. Mal gucken, wie es jetzt so aussieht mit dem Aufhalten der Gegner. Aber sie stehen eigentlich alle ganz gut. Ja, da könnte noch irgendwo einer stehen. Das wäre vielleicht günstig. Versucht das immer wieder gern. Immer ein bisschen rumspringen, macht immer Laune. So, und wenn sie da gleich rauskommen, gleich mal ein bisschen in die Richtung ballern. Immer schön sprühen. Falls einer durchrennt, kriegt er schon mal ein bisschen Schaden. Das ist immer gut. Das ist nicht so gut. Ein Rennen ist ganz schlecht. Aber gut. Wie dem auch sei. Schön zugemacht. Rennen doch nicht weg. Sehr gut. Sehr gut. Aufpassen wegen der dummen Tracer. Den ich gleich angeschissen kommt. Ich bin aufpassen. Ich bin aufpassen. I hold the line. Ganz schlecht. Oh, wir müssen nur nicht durchkommen. Mal schön sprühen. Immer schön rindsprühen in die Gegner. Immer schön die Linie halten. Da wollte er gerade ankommen. Shit! Ich hab den soliden Beat nicht rausgekriegt. Zehn Sekunden. Jetzt ist der Teleporter weg. Wir haben gewonnen. Sehr gut, haben sie gehalten. 1A. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, das war ein Ranking-Match. Haben wir gewonnen. Ja, okay. Der hat aber irgendwie zurückgemetzelt. Alles klar. Aber gut gehalten. Oh, hab ich geil geheilt. 47%. Interessiert nur keinen. Doch, einen hat es interessiert. Ja, die Eliminierung sind natürlich ganz wichtig. Ja, geil. Win. Geile Runde. Muss aber auch sagen, ich gebe nicht immer schlecht, wenn ich verloren habe oder so. Ich gebe auch mal... Also, ich gebe auch gut, wenn es halt... Ja, wenn die Gegner halt einfach besser waren. Ist halt einfach so. Ja, hier sieht man das sehr schön. Hier habe ich angefangen zu heilen. Da habe ich mal geheilt. Hier heile ich wieder. Hier habe ich nicht geheilt. Ja, keine Ahnung. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentiert nicht vergessen. Abonnier nicht vergessen. Dann seid ihr bei mir, wie das Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.